Nein! Ich will nicht ins Fernsehen! Alle, die von Baby Jane wussten, haben mich angefleht, diese Rolle nicht zu spielen. Ich habe für Baby Jane wirklich viel mit dem Rollstuhl probiert. Was hältst du für meinen Mr. Aldrich? Er ist ein gefeierter Regisseur. Na ja, Sodom und Gomorra würde ich jetzt nicht gerade einen gefeierten Film nennen. Ich bin wirklich dankbar für alles, was Hollywood mir gegeben hat. Es ist wundervoll. Schlechte Regisseure, schwache Hauptdarsteller, trostlose Drehbücher. Du jetzt fass mal auf. Wir wissen beide genau, worauf wir uns eingelassen haben. Auch damals haben wir einen Film in ein paar Wochen gewählt. Wenn das nur wahr wäre, das Ding ist ja wirklich sauschwer. Dieser Film wird mich wieder ganz nach oben katapultieren. Uh, da ist ja Weinstein drin. Sch***e! Selber sch***e!